Eine kleine Zeitreise und ein Blick zurück auf ganz besondere Reiter- und Pferdepersönlichkeiten. Und das ist es, Sophie Henners und Vittorio, die deutschen Champions, doppelt klar. Und jetzt nochmal die Konzentration voll und ganz auf den letzten. Sie holt sich die alles entscheidende Goldmedaille. Die Erfolgsgeschichte von Vittorio und Sophie Henners. Manchmal trifft man in seinem Leben jemanden, mit dem die Chemie auf Anhieb stimmt. Manchmal entstehen daraus vom ersten Moment an besondere Verbindungen. Das ist so von Mensch zu Mensch. Aber manchmal ist das auch so von Mensch zu Pferd. Also sein Spitzname ist Vitti. Ich würde sagen eines der schlauesten Pferde, die ich im Stall habe. Er weiß genau, wo der Eimer mit den Leckerlis ist. Und wenn du mal nicht aufpasst, dann ist er dort sofort. Und er kann den Eimer auch öffnen und dann hat er schon die ersten Leckerlis. Und das ist auf dem Turnier auch, wenn er wieder zurück in die Box geht. Dann weiß er genau, dass es natürlich eine Belohnung gibt. Und da wartet er auch drauf. Und er sagt dir quasi auch Bescheid, wenn du es mal vergessen solltest. Und manchmal wird aus einem Zufall eine echte, feste Beziehung. Ich bin 2018 bei der Familie Hendricks angefangen. Und in derselben Woche, wo ich dort angefangen bin, ist auch Vittorio in den Stall gekommen. Ich wusste aber allerdings gar nicht, was das für ein Pferd ist, welche Erfolge er schon hatte. Und habe mich raufgesetzt. Das ging eigentlich schon sehr gut. Ja, ich glaube, zwei Wochen später bin ich dann schon meinen ersten 1,50 nationalen großen Preis gegangen mit ihm. Und ja, da habe ich mich auf jeden Fall schon in ihn verliebt gehabt. Weil das Springen war so einfach mit ihm die Parcours zu bestreiten, sein Vermögen. Und ja, so kam das dann. Europameister, Olympiareiter und Arbeitgeber Emil Hendricks erkennt, dass Vittorio unter dem Sattel von Sophie aufblüht. Ich bin sehr stolz auf die beiden. Erstmal war ich so froh gewesen, dass Sophie zu mir gekommen ist. Und dann hat sie von Anfang Vittorio unter ihre Kontrolle genommen. Und das war ein Erfolg. Und dann, wenn sie sich entschieden hat, um nach Deutschland zurückzugehen nach drei Jahren, habe ich versucht, das Pferd mal auch Besitzer zu finden in Deutschland, so bereit zu sein und mit einzusteigen mit Vittorio. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber wir sind auch sehr froh, mein Bruder und ich und mein bester Freund, die das Pferd im Besitz haben, dass das Pferd bei Sophie geblieben ist und dass das Erfolg weiter so geht. Ich muss sagen, ich habe immer gesagt, Vittorio gehört zu Sophie und Sophie gehört zu Vittorio. Und da bin ich auch sehr froh, dass sie zusammengeblieben sind, das Paar. Nicht nur die Partnerschaft zwischen Reiterin und Pferd bleibt, sondern auch die Partnerschaft zur Familie Hendricks. Das ist natürlich ein mega gutes Verhältnis. Also ich würde sagen, dass er nicht nur mein Trainer ist, sondern dort, als ich auch dort noch gearbeitet habe, habe ich mich wie Familie gefühlt. Die haben mich mega gut aufgenommen. Und auch noch jetzt, würde ich sagen, ist Emil immer beiseite. Wenn ich mal irgendwelche Probleme haben sollte, ist er definitiv ein Ansprechpartner. 2019 erreichen sie schon Silber bei den Deutschen Meisterschaften. Ein erstes Ausrufezeichen in ihrer noch jungen gemeinsamen Karriere. Ich glaube, ich habe vorher erst einen Rankingspring geritten, bevor ich ihn hatte. Ja, dann von Turnier zu Turnier wurde das immer mehr ein eingespieltes Team. Und ich würde sagen, das erste so große Highlight war dann 2019 in Balwe. Da bin ich dann das erste Mal Deutsche Meisterschaften bei den Damen geritten. Da hatten wir Silber gewonnen. Ich glaube, am Ende hatte ich einen Zeitfehler. Aber ich würde sagen, das war so das erste große Highlight, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere. Ja, Vittorio ist kein grundschnelles Pferd. Daher schauen wir immer, wie die erlaubte Zeit ist. Oder mittlerweile denke ich immer schon, ich brauche es gar nicht wissen. Ich muss sowieso so schnell reiten, wie ich kann und wie es quasi nötig ist. Aber damals saßen wir und haben uns die ersten Reiter angeschaut und dachten noch so, ja, die Zeit ist eigentlich kein Problem. Aber irgendwie hat keiner von uns mitbekommen, dass sie die Zeit heruntergesetzt haben. Und daher kam dann am Ende der Zeitfehler. Sie kann unwahrscheinlich gut mit Spannung um. Also der Basis vom Reiten ist total da. Sie hat sehr viel Gefühl. Und Pferde springen ganz gerne für sie. Machen was, weil sie glaubt, sie ist nicht grob. Aber Pferde lieben ihr und sie liebt ihre Pferde. Und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn das die Art macht, dann tun Pferde was Extras für sie. Und das ist etwas, was ich auch immer zurücksehe bei Vittorio und Sophie. Er hat auch einen sehr starken Charakter. Also es war jetzt nicht von Sekunde eins, dass es auf dem Turnier dann super geklappt hat. Also wir haben schon ein paar Turniere gebraucht. Aber ich denke mittlerweile weiß ich ganz gut, wie seine Knöpfe funktionieren. Und ja, jetzt ist er auf jeden Fall mein Herzenswert. Ich würde sagen, im Parcours er ist super rittig. Und er macht es mir im Parcours eigentlich sehr einfach. Und er will unheimlich gerne Null springen. Also das ist natürlich alles, was man in einem Springsport braucht. Und ja, da bin ich sehr glücklich drüber. Eigentlich kann ich gar nicht in Worte beschreiben, wie dankbar man ist, dass man halt so ein Pferd haben kann und so viele tolle Erfahrungen mit diesem Pferd erleben darf. Auch wenn sie 2021 die Niederlande wieder verlassen hat, hinterlässt sie große Fußabdrücke. Und sie hat nicht nur mit Vittorio eine Verbindung fürs Leben gefunden. Ich habe immer gesagt, Sophie gehört zu der Familie. Ich habe einen Brief von sie bekommen, wenn sie sich verabschiedet hat. Und wenn man den lese ich ab und zu nochmal zurück. Und das sagt eigentlich alles über Sophie. Sie hat sehr viel Respekt. Sie hat einen unwahrscheinlich guten Arbeitseinsatz. Als Person ist sie sehr komplett. Und wir freuen unseren Stall Hendricks, dass wir trotzdem in die Zukunft sind. Wir hoffen auf eine ganz lange Zeit Zusammenarbeit machen können. Die Deutschen Meisterschaften 2021. Zwei Jahre später. Wieder Balwe. Wieder in Topform. Sophie und Vittorio haben alles in der eigenen Hand. Eine letzte Nullrunde würde ihnen den Titel bringen. Alles entscheidende Stelle. Die alles entscheidende Stelle. Mit viel Sicherheit hier. Und jetzt nochmal die Konzentration voll und ganz auf den letzten. Sie bleibt Null. Und sie holt sich nicht nur wieder eine Medaille, sondern sie holt sich die alles entscheidende Goldmedaille. Vittorio sprang fantastisch. Er ging alle Runden Null. Diesmal hatten wir mit der Zeit auch keine Probleme. Es war aber schon eine Nervosität am Ende. In der allerletzten Runde, da war ich dann auch letzter Starter. Und ja, Finja, meine beste Freundin, war direkt vor mir. Und wir waren beide auf Null. Das heißt, bei uns war es halt sehr spannend. Als ich dann natürlich durch die Ziellinie geritten bin, da ist auch so eine richtige Last von einem gefallen. Es hat geklappt. Ich glaube, das war die beste Runde, die er an dem Wochenende gesprungen ist. Das war natürlich fantastisch. Ich würde schon sagen, dass er eine Art Lehrmeister ist, weil er ist auch vorher schon schwere Springen gegangen. Und ich weiß, dass er es auf jeden Fall kann. Und ich habe jetzt mit ihm meine höchsten Erfolge erritten. Das heißt, er hat mir, denke ich, schon so ein bisschen den Weg gezeigt. Jetzt sind wir so ein bisschen gegenseitig abhängig voneinander. Nicht nur durch den Titel in Balwe, sondern mittlerweile auch durch die internationalen Erfolge geht kein Weg daran vorbei, sie in das Nationenpreisteam zu berufen. Es geht nach Budapest, zum IEF-Nationenpreishalbfinale. Also man ist schon angespannt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt nervöser bin, weil man hat ja schon irgendwie im Hintergrund, da hat man ein gutes Team hinter sich. Und die starten ja auch für dich. Also man ist einfach ein Team. Und wenn mal bei irgendwem was schiefläuft, dann ist ja trotzdem wieder jemand anderes dort, um es auszugleichen. Also ich würde sagen, einfach eine positive Anspannung, aber jetzt nicht, dass man extrem nervös ist. Das war mein erster Nationenpreis und dann auch noch Doppel-Null und dann auch noch gewonnen. Das war ein mega schönes Wochenende, eine Erfahrung, auf die ich immer gerne zurückblicken werde. Ja, das ist bisher das absolute Highlight auf jeden Fall gewesen. Ich denke, dass ich immer zu lieb bin. Und er ist schon so ein bisschen, von wegen gibt man ihm den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand. Also er nimmt sich definitiv schon das, was er haben möchte. Und ich würde sagen, ich bin einfach eher die liebere Person.